Ja hallo und herzlich willkommen zur Live Review zur WWE Hell in the Cell 2018 was am 16. September 2018 aus dem AT&T Center in San Antonio, Texas stattfand. Es ist gerade viertel vor fünf, der Pay-View ist halt ein paar Minuten vorbei und ja, wir werden jetzt, oder ich werde jetzt hier über den Pay-View sprechen. Nach einer längeren Zeit gibt es mal wieder eine Live-Review. Ja, ich habe es länger nicht mehr gemacht, klar ich habe jetzt zu NXT eine gemacht, aber das war jetzt nicht wirklich eine Live-Review, weil ich das ja ein paar Stunden später aufgenommen habe und ja, da war eine andere Atmosphäre, ich habe nicht sofort danach gemacht, weil ja, es war spät abends, da wollte ich auch schlafen gehen, aber hier Pay-Per-View gucken, mal wieder, seit drei Jahren mache ich es ja eigentlich schon, mehr oder weniger Pay-Views in Folge live gucken. Ja, was ich meistens nie tue, ist die Kick-Off-Show, das habe ich diesmal auch nicht getan und so wie das auch mich ja richtig vermutet hat, waren die SmackDown Tag Team Title Matches in der Kick-Off-Show und zwar New Day gegen Rusev Day. Ich sehe nur einen Bericht hier, nach neun Minuten hat knapp New Day gewonnen, nach dem Trouble in Paradise von Kofi Kingston gegen Englisch. Ich habe die Szene auch, hat man auch kurz im Pay-Per-View gesehen, wie es passiert ist, also da, ja, wo Rusev rein wollte und versucht hat, den Cover zu verhindern, aber, ja, Big E das verhindert hat, von daher, ja, habe ich das auch gesehen, aber ich würde mal sagen, wir gehen direkt zur Show, weil das habe ich natürlich gesehen, Hell in a Cell und angefangen hat es auch mit einem Hell in a Cell Match, so wie ich oder wie wir auch mit der Preview angefangen haben, so hat es eigentlich auch geendet, nur dass die Matchreihenfolge nicht ganz genauso war, wie wir die, wie wir hatten, aber das machen wir am meisten nicht, weil natürlich meistens mal die Non-Tuttle Matches und danach die Title Matches reingehen und bei einem Pay-Per-View ist es meistens immer ein bisschen anders, aber es hat mit einem Hell in a Cell Match angefangen, das Hell in a Cell Käfig ist ja anders, ist jetzt ein roter Käfig, was ich grundsätzlich nicht so schlecht fühle, ich dachte immer so kurz, okay, Raw Pay-Per-View, jetzt machen die es deshalb, aber ich denke mir so, es ist ja ein brandübergreifender Pay-Per-View, es gibt ja keine speziellen Brand-Pay-Per-Views mehr, von da habe ich mich erst schon ein bisschen gewundert, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlecht und das erste Match war ein Hell in a Cell Match mit Jeff Hardy gegen Randy Orton, ja, war ein Match, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, könnte nicht gut werden, also ich habe es vermutet, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen überrascht, wie das Match letztendlich gelaufen ist, also war ein gutes Match, hat natürlich eine Brutalität, eine Intensität gehabt, natürlich, ich sag mal, die Szene, die ich natürlich echt gedacht habe, alter, da hat es noch PG wie, ähm, ja, der Schraubenzieher in Jeff Hardy's Ohr da reingegangen ist, ich möchte da nicht so ins Detail gehen, weil, ähm, wenn ihr euch das angucken wollt, guckt es euch an, aber ich dachte nur so, oh je, also da habe ich auch schon ein bisschen weggeguckt, ich konnte es mir irgendwie nicht richtig angucken, das ist für mich irgendwie so, wo ich denke, alter, ernsthaft, äh, in dem Sinne, also da finde ich andere Sachen nicht so schlimm, die, ich sag mal, non-PG sind halt solche Sachen, aber, gut, ähm, man hat auch gemerkt, was die beiden noch eingesteckt haben, wenn ich so sehe, wo Orton halt geblutet hat, hinten im Rücken, an den Beinen, äh, Jeff Hardy, der einiges eingesteckt hat, und, ähm, es gab auf jeden Fall einige Spots, wie gesagt, mit der Leiter da, das sah auch nicht gesund aus, der Stuhlschläge, ähm, mit dem Tisch natürlich, der Endspot natürlich, wo, ja, Jeff Hardy, man hat gedacht, er macht eigentlich so einen, ähm, ja, diesen Jump da vor der Leiter, was er nicht gemacht hat, dann ist er auf die Käfig, gesprungen, und ich dachte nur so, je, was macht er, da hat er einen Schwung genommen, und, ähm, ja, wollte dann Randy Orton also auf den Tisch fallen, mit so einem Splash, hat nicht funktioniert, Randy Orton ist ausgewichen, und, ähm, ja, dann begann es aber relativ merkwürdig zu werden, muss ich ehrlich gesagt sagen, also, ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, also, ich habe das auch auf Twitter geschrieben, ähm, ich habe erstmal nichts dabei gedacht, dann, oh, krass, was für ein Spot und so weiter, und ich dachte, okay, das war es jetzt, ich habe auch kurz gedacht, dass Randy Orton das Kontert in einem RKO oder so, vielleicht wollte man es nicht, oder es war einfach zu hoch, oder das Risiko, dass da vielleicht eine schlimmere Sache passieren kann, ist ein bisschen in dem Sinne hoch, dass wir es noch nicht gemacht, und ich habe gedacht, okay, komm, jetzt war es das, Randy Orton, vielleicht kickt noch Jeff Adi einmal aus, oder, Randy Orton zeigt einfach den Ako und wendet das, und dann sagt der Referee, okay, äh, medizinisches Personal soll kommen, hebt den Käfig aus, wo ich auch dachte, hä, wir haben einen Herrn das Sammich, das macht man normalerweise nicht, und Ordner einfach, gesagt, er soll seinen Job machen, den Pin durchziehen, also, ist jetzt jetzt die Frage, ob das jetzt so geplant war, wenn ja, dann war es auf jeden Fall glaubhaft, kann man sagen, weil ich auch gedacht habe, okay, jetzt, der ist ernsthaft verletzt, was jetzt passiert, wenn es jetzt zu installern, war dann natürlich sehr, sehr gut, ich habe da mal einen Zweifel, also, ich war das Magen natürlich, und Ordner, also, oder es war halt ein Botch, oder die Landung halt, in dem sie war natürlich so geplant, aber es halt, blöd gelaufen, in dem Sinne, dass dann halt, Jafadi sich anscheinend verletzt hat, wenn es passieren sollte, und wenn sich Jafadi verletzt hat, natürlich gute Besserung, man kann es halt schwer einschätzen, also, ich weiß nicht, ob dieses X-Zeichen gezeigt wurde, ich habe das jetzt nur, einmal gesehen, und ich habe jetzt nicht nochmal zurückgeguckt, und so weiter, und so fort, also, ihr könnt gerne in die Kommentare schauen, ob dieses X-Zeichen gezeigt wurde, was ja eigentlich meistens das Zeichen, dass es eine ernsthafte Verletzung war, aber ich denke halt meistens immer so, normalerweise, bei einer Herrn Sammich, egal wie heftig die Aktionen waren, meistens, hebt man endlich den Käfig, gerade wenn es so ein Endspot war, und ich sage mal, von der Höhe her, war es jetzt nicht so heftig, also, ich sage es mal vergleichsweise, wie jetzt ein Mick Foley da reingeflogen ist, ähm, vor 20 Jahren, dachte ich, okay, halt ein klassischer Jafadi-Spot, weil Jafadi hat ja sehr viele kranken Spots eingesteckt, ich sage jetzt nur, das Bier von der Leiter, aber vielleicht war das halt der Spot, wo man dachte, okay, Jafadi hat jetzt so viele kranken Spots eingesteckt, und wo man dachte, oh je, vielleicht war der Spot zu viel, und verletzt wurde auch rausgetragen, und ich dachte auch vielleicht, okay, wenn Orton jetzt Jafadi attackiert, da hätte ich gesagt, okay, das war definitiv geplant so, aber er hat ja nichts gemacht, da dachte ich mir, okay, hm, ja, ich habe da mal eine Zweifel, aber, ich würde mal sagen, da muss man halt abwarten, was passiert, würde ich einfach mal sagen, und ich würde mal sagen, wir gehen dann einfach mal weiter, und gehen dann zum nächsten Match, unser SmackDown-Womans-Title-Match, zwischen Charlotte Flair Champions, gegen Becky Lynch, das Match ging 14 Minuten lang, und war ein schönes Match, hat mir sehr gut gefallen, war eines der besten Women's Matches, im Main-Roster nach einer längeren Zeit, hatte das Gefühl, dass es irgendwie keine guten Main-Roster-Matches mehr gibt, die meistens eigentlich immer enttäuscht haben, das Match war ziemlich gut, hat mir sehr gut gefallen, ähm, war ein schönes, schönes technisches Match, ich habe euch gesagt, dass sie eigentlich ein gutes Match raushauen, weil die halt auch weiter sind, von der Entwicklung her, als jetzt 2016, und das haben sie auch gezeigt, Becky Lynch, die natürlich eigentlich ein Heal war, abgefeilt wurde, ein Face, und Charlotte, die eigentlich ein Face war, und abgefeilt wurde, ein Heal, ich habe irgendwie auf Twitter auch gesehen, dass da Schilder abgenommen, wo das steht, äh, Bo the Woo, wenn das so gewesen sein sollte, dann natürlich, ähm, beschissen, sagen wir es mal so, wie es ist, ähm, war ein sehr schönes Match, mit einem schönen Ende, wo, ähm, Charlotte den Spear zeigen wollte, gegen Becky Lynch, und Becky Lynch, äh, das gekontert hat, einen Pin gezeigt hat, und dadurch den Titel gewonnen hat, Clean, hat Clean den Titel, äh, äh, sie hat den Titel Clean gewonnen, ist ein neues Smackdown Women's Champion, ist die Two-Time Smackdown Women's Champion, also hat damit mit Charlotte Flair, Naomi und Alexa Bliss das Zeigezoo, gleichgezogen, also die meisten Titelgewinner einer Smackdown Women's Champion, Becky Lynch ist ja übrigens auch die allererste Smackdown Women's Champion, hat den Titel gewonnen, komplett clean, ich fand's geil, super, schönes Match, schönes finde ich, sehr, sehr smart, sehr geil gemacht, fand ich, äh, hab damit auch nicht gerechnet, dass Becky Lynch wirklich clean gewinnt, ich hab gedacht, okay, Charlotte verteidigt, oder Becky Lynch gewinnt, an Clean, aber man hat wirklich clean gewonnen, sehr geil, nach dem Match möchte sie, äh, die Hand reichen, aber Becky Lynch sagt, nee, sei ihr im Moment, sie soll, sich erneut nicht, also, will nicht von Charles, dass der Moment geklaut wird, und geht einfach in den Wechselbereich, und, ja, Becky Lynch neue, äh, neue Women's Championess, freut mich, schön, hat sie im Moment wieder gekriegt, äh, hat sich natürlich verdient, und mal sehen, wie ihr Teil daran aussieht, wie lange sie den Titel auch hält, ähm, freut mich für sie, wie gesagt, neue Women's Championess, finde ich super, und, ja, Payroll, war die erste Stunde vorbei, und ich muss sagen, die erste Stunde war super, also, ich dachte so, geil, erste Stunde, Herrn Selle, kann ja so weitergehen, dachte ich mir sowieso, aber, ja, geht ja noch gut weiter, sagen wir es mal so, und zwar mit dem Raw Tag Team Tidal Match, zwischen, DOS, und Drew McIntyre, den Champions, gegen Shields, Herr Frost, der Intercontinental Champion, Dean Ambrose, war für mich, Match of the Night, war richtig, richtig geil, ein sehr, sehr starkes Match, weil zwei Teams, die halt gut miteinander, auskommen, Dean Ambrose, der gut in Form ist, äh, Rollins, der einfach, also Rollins, der hat ja ein Jahr heute, äh, ein Jahr heute, ein Jahr dieses Jahr, das ist unfassbar, also, der für ein Jahr hat, also, wir haben es schon gesagt, der hat eigentlich, eines der besten IC Title Runs, nach längerer Zeit, von IC Title Champions her, und hat der heute wieder gezeigt hat, also, Wahnsinn, also, starkes Match, gerade die letzten fünf Minuten, das war Spannung, bis zum geht nicht mehr, also, man dachte, okay, jetzt gewinnt, The Shield, jetzt gewinnt, Sigler McIntyre, jetzt gewinnt, The Shield, Sigler McIntyre, also, es war so spannend, man wusste halt nicht, was hier, und das Finish war, richtig geil, also, mega geil, also, erstmal natürlich smart, wie Rollins, erstmal, wie Ambrose versucht hat, Sigler, ähm, nochmal, es ist spät, ich sollte mal gleich mich schlafen legen, das stimmt, also, Ambrose hat versucht, Merkintar rauszudrücken, weil er wusste, okay, Sigler ist der legal man, Rollins ist legal, und Rollins hat dann halt gelassen, dann Superbacks und Falcon Arrow zeigen, und wo er den Falcon Arrow zeigen wollte, kommt dann, Merkintar zeigt den Claymore Kick in dem Moment, und dann gewinnen halt Sigler und Merkintar den Titel verteidigen, sehr, sehr geiles, finde ich, richtig geil, also, wirklich, ich habe das mega gefallen, also, ich habe damit nicht gerechnet, und ich dachte mir so kurz, oh, sind wir hier bei NXT mit so geilen Finishes oder so, ähm, ja, wir kommen ja noch zu Finishes, die geil waren, ja, nicht, ähm, von daher, ja, weiter in Tag Team Champions, finde ich, ganz in Ordnung, kann man mal machen, finde ich gut, wie gesagt, ich hätte kein Problem, aber ich hätte eine Shield gewonnen, aber ich kann auch damit lehnen, dass er, Dorf Sigler und Drew McIntyre weiter in Champions, ist für mich, Match of the Night, da gab es noch Mick Foley, wo er noch gesagt hat, dass er, ja, ein bisschen auf die Gefahren vom Housel hinweist, äh, dass es, äh, folgend für die Karriere haben, postet, er wurde negativ, und, ja, Foley sagt noch, ähm, dass er seine Autorität als Rugby zu respektieren sei, und Stormont sagt einfach nur, du musst nur einfach einen Job machen, und einfach bis drei zählen, ja, klare Ansage, kann man sagen, in dem Sinne, ähm, ja, würde ich mal sagen, gehen wir direkt mal weiter, und zwar zum BW-Title-Match, zwischen AJ Styles, und Stormont Show, war auch ein gutes Match, fand ich, also beide haben natürlich eine gute Chemie, und ich finde, ich habe ein gutes Match geworkt, 19 Minuten lang, und, fand ich stark, haben beide gut performt, haben beide alles gezeigt, ähm, das Finish, ich denke mal, da kann man eher zu sprechen, war ja so, dass, ähm, Styles im Kokina Klatsch war, von Joe, und dann, als er nach unten ging, hat er dann dieses klasse Roll-Up gemacht, was ja, ich gerade mal, bekannterweise, dies ja schon ein paar Mal passiert, bei Shayna Baszler, und das ist diesmal wieder passiert, und Styles hat verteidigt, ich dachte so, okay, cool, und Joe dachte, er hat den Titel gewonnen, und dann auf einmal, als dann gesagt wurde, dass er gewonnen hat, ähm, ja, und sagte dann, okay, er hat getappt, er hat getappt, er hat getappt, und ich dachte nur so, hä, war er getappt, und er dachte so, okay, das ist jetzt wieder so ein Szenario, wie Undertaker gegen Brock Lesnar, weil das ja auch vor drei Jahren so ähnlich war, wo Brock Lesnar, ähm, ne, Moment, wo Taker, Lesnar gepinnt hat, während Brock Lesnar, den, ähm, Cumura Lock gezeigt hat, und alle Taker hat in dem Moment getappt, so gesehen, und hier, ähm, ja, war es eigentlich so ähnlich, Styles getappt hat, Joe aber auch im Pin war, und der Referee hat sich nur auf den Pin konzentriert, und man hat es erst nicht gesehen, man hat es am ganz am Ende, bei der, beim zweiten oder dritten Replay gesehen, dass er wirklich getappt hat, kurz vor dem Three Count, und, was mir aber auch aufgefallen ist, dass die Schultern, also, das ist jetzt nur im ersten Moment, ich muss mir das mal angucken, die Schultern waren auch nicht wirklich auf der Matte, und trotzdem wurde ein Pin gezeigt, also, das ist mir nur aufgefallen beim, äh, beim zweiten Replay, beim ersten ist mir nicht aufgefallen, aber wo Styles getappt hat, hätte eigentlich der Ref theoretisch nicht pinnen dürfen, aber ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich ein Botch war, äh, von Joe, dass er einfach nicht liegen geblieben ist, ähm, aber gut, ein kontroverses Finish, finde ich grundsätzlich nicht so schlecht, jetzt so, ersten Eindruck, ich werde, wie gesagt, noch mehr genauer meine Meinung bilden, dann sage ich, okay, vielleicht fand ich es auch nicht so gut, ich werde mir da nochmal gucken, weil, einerseits, es ist smart, es ist kontrovers, was anderes, ne, die gleichheit ist jetzt kein Low Blows, oder jetzt Countout, oder so, sondern schon irgendwo erst smart, andererseits ist es wieder mal kein klares, finde ich, bei einem WWE Title Match, ne, und das hat mir dieses Jahr leider zu häufig, ich sage jetzt mal nur, die Nakamura Matches, ich sage, SummerSlam war nicht, obwohl ich auch das gut fand, also, es ist so eine Sache, also man kann es mal machen, aber es darf ja nicht zur Regelmäßigkeit werden, dass der WWE Champion ist, AJ Styles, der jetzt über 300 Tage Champion ist, wo wirklich kein Problem hat, er kann meinetwegen auch 500 Tage Champion sein, aber wenn sein Title war, soll er wirklich auch gut sein, wenn ich jetzt sage mal, ich sage jetzt, ich nehme mal, ein Beispiel, auch wenn ich jetzt kein WWE Fan, auch wenn ich jetzt, die Kampagne überhaupt nicht gucke, ich sage jetzt mal Okada zum Beispiel, Okada war jetzt fast zwei Jahre Champion, und ich habe mir einfach seine Matches mal angegucken, wenn ich so sehe, oh, vier, drei Viertel, fünf Sterne, sechs Sterne, sieben Sterne, gut, über die Ratings kann man sprechen, aber wenn man diese Wertung, und wenn man hört, wie die Leute auch waren, oder es auch größer als immer klare Finishes waren, und man sagen würde, ok, an Okada's Title Run, würde man sich in zehn Jahren erinnern, bei Styles würde man eher sagen, ok, er hat lange den Titel gehalten, aber man würde jetzt nicht sagen, oh, könnt ihr euch jetzt sagen, das großartige Match zwischen AJ Styles gegen Nakamura, wo es diese beiden Low Blows hat, vielleicht wird man sich daran erinnern, aber eher negativ, und nicht sagen, oh Styles Title Run war so geil, also, wenn ihr versteht, wie ich es meine, also, das ist halt so eine Sache, also ich, ich, ich finde Styles super, aber, sein Title Run, hm, wenn die Matches so gut, also die Matches sind ja grundsätzlich nicht schlecht, die Styles worked, also, man kann jetzt nicht sagen, Styles hat nur scheiß Matches, gemacht, nur die Art des Bookings, wo halt Styles nichts kann, also, da kannst du als nichts dafür, das halt das WWE Booking, zerstört es, wenn man überlegt, diese Nakamura-Feder hat so viel Potenzial, und man hat ja bei New Japan gesehen, ich habe mir das Match mal vor einen Monat mehr, oder zwei Monat mal angeguckt, nochmal, bei New Japan, weil ja, New Japan das ja auch freigestellt hatte, dieses Match zu gucken, was eigentlich, mehr gehypt hat, als jetzt, die Fede forrest-Main, ja so ziemlich odd auf das New Japan Match, und das Match war einfach mega geil, würde ich 5 Sterne geben, und ich sehe dann hier bei WWE, wo ich mir denke, sie sind jetzt auch nicht viel älter, haben ja eigentlich mehr oder weniger noch den gleichen Stil, und können ja eigentlich immer noch ein gutes Match raushauen, ich denke nur so, warum machen sie es nicht, sie haben ja Potenzial, so ein geiles Match zu worken, aber gut, ich würde mal sagen, wir haben jetzt viel zu lange jetzt über diese Sache thematisiert, wir werden wie gesagt, wahrscheinlich auch in der Review darüber ein bisschen reden, vielleicht auch Diskussionsbedarf, wie gesagt, ich werde mir nochmal darüber Gedanken machen, und mal gucken. Dann gab es das McTag-Team-Match zwischen Daniel Bryan und Brie Brella gegen Miss und Maryse, schwächste Match am Abend, war nicht gut, ähm, bin, gut, ich bin mit wenig Erwartung reingegangen, weil der Part von Miss und Brian war okay, der Part von Brie und Maryse war, naja, das Finish war sehr, sehr komisch, also, ähm, ich weiß nicht, also irgendwie, das war sehr, sehr merkwürdig, das sah gefühlt aus wie für mich damals mit dem Botch von Kevin Owens und AJ Styles, wo man, ähm, wo ja Styles den Titel eigentlich verteidigen sollte und Owens und AJ nicht gewonnen hat, was er so nicht geplant war eigentlich, und das hatte ich hier das Gefühl, kann sein, dass es so geplant war, wirkte sehr, sehr komisch, aber wie gesagt, das Match war auch nicht gut, muss ich ehrlich gesagt sagen, deswegen, würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt mal weiter, und zwar zum Co-Man-Event, zu Ronda Rousey gegen, ähm, Alexa Bliss um den Raw Women's Teil, ich habe gerade kurz was anderes gelesen, deswegen, war ich kurz, äh, woanders fixiert, ähm, ja, ging zwölf Minuten lang ungefähr, war besser als ihr SummerSlam Match, würde ich sagen, war gut, man hat versucht halt, Ronda Rousey hat halt ihre Verletzung gesellt, was gar nicht so schlecht war, also vom Eindruck her, fand ich es gar nicht so schlecht, war ein ordentliches Match, würde ich sagen, vielleicht auch im positiven Bereich tendieren, ähm, war jetzt nicht das beste Raw Women's Match, also das andere Raw Women's Match war klar besser, aber trotzdem war es nicht schlecht, und, ja, Ronda Rousey hat verteidigt, was zu erwarten war, wie er armbar, Match ging zwölf Minuten, also ein bisschen längeres Match für Ronda Rousey, ähm, was ihr auch gut tut, mal längeres Match zu worken, und nicht so, keine Ahnung, fünf Minuten Matches zu worken, sagen wir mal zwölf, zwölf bis fünfzehn Minuten im Bereich, von daher, bin ich in Ordnung, und Rousey hat es nicht schlecht gemacht, finde ich, ähm, von daher, Rousey hat verteidigt, und mal sehen, wie es weitergeht, also ich, ich vermute halt, dass Richtung, ähm, Supershow dann da, dieser Split von Nikki Bella geben wird, und dann Nikki Bella gegen, Rousey bei, Evolution, aber gut, will ich jetzt nicht unbedingt sehen, dieses Fehler, aber gut, wir werden es ja sehen. So, dann gab es ein bisschen Kontroverse, und zwar hat sich natürlich Joe aufgeregt, dass halt Styles getappt hat, und, ja, Page ist dann eingegreifen, hat dann, ähm, ja, ein bisschen ihre Autorität mit reingebracht, ähm, und in drei Wochen wird es ein Rematch geben, gegen AJ Styles, bei Supershowdown, und es wird ein, ja, no disqualification, no count out match, geben, und es wird einen eindeutigen Sieger geben. Prinzipiell gut, irgendwo, die Matchansatzung, war irgendwie auch klar, dass es zum Supershowdown, dieses Match geben wird, nur, wie gesagt, eindeutigen Sieger, muss man aber vorsichtig sein, weil man hat ja auch bei Nakamura gegen AJ Styles gesagt, es wird einen klaren Sieger geben, und das war zum Beispiel bei dem Match, wo es ja diese beiden Loblos gab, war das der Fall, und, was war, es gab keinen klaren Sieger. Also, abwarten, in drei Wochen, zum Supershowdown. Kommen wir nun zum Main Event, zum WWE Universal Title Match, zwischen Roman Reigns und Brock, äh Brock Lesnar sag ich schon, ne Braun Strowman, zu dem kommen wir gleich, in einem Hell in a Cell Match, mit Special Guest Referee Mick Foley, es ging 23 Minuten 50, und es endete, ich will nur eine Sache sagen, es ist ein Hell in a Cell Match, ein Hell in a Cell Match. The only way to win, is via Pinfall or Submission. Und dieses Match endete in no contest. Hm. Also ich weiß nicht, was ich momentan dazu denken soll, ich, also, gehen wir mal so durch, also, Roman Reigns und Brock Lesnar, ähm, warum sag ich die ganze Zeit Brock Lesnar? Zu dem kommen wir gleich. Roman Reigns und Braun Strowman, genau, so wollte ich es sagen. ähm, haben sich ein bisschen, äh, geprügelt, haben ein paar Aktionen gezeigt, war gar nicht so schlecht, also, fand sie haben jetzt, in der Zeit, wo sie gewirkt haben, gar nicht so schlecht gewirkt, dann gab es ja, äh, den einen Spear durch den, ähm, ich meine, das war die letzte Aktion, der Spear durch den Tisch, und dann lagen die eine Viertelstunde lang auf dem Boden, wo ich auch gedacht habe, es war nur ein Spear durch den Tisch, es war jetzt nicht so, äh, dass sie jetzt, keine Ahnung, einen Spot eingesteckt haben, was jetzt von oben runter geflogen sind, wie bei Mick Foley, zum Beispiel, vor 20 Jahren, also, ich dachte auch nur so, wieso liegen die eine Viertelstunde, weil, klar, in der Zeit haben sich Segler, McIntyre, und Rollins und Ambrose, sich ein bisschen geprügelt, was auch cool war, irgendwo, ja, und danach gab es ja diesen Tischspot da, was bei Ambrose gegen Rollins, bei Hanussell 2000, und, glaube 13, ne, 14, 14, 14 haben sie sich ja gesplittet, 14 gab, wo ich auch gedacht habe, okay, geiler Spot an sich, aber, was, wo ich nicht fühle, also, ich habe das jetzt nicht gebraucht, dass ich jetzt ein bisschen prügeln, ne, weil ich hätte eigentlich gerne gesehen, dass Rollins und Bronze, einfach sich prügeln, weil, Bronze, Trowman, er ist der Monster Moment, und er braucht jetzt nicht wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, Hilfe von Leuten, weil er halt, an sich Leute schon zerstören kann, und Rollins auch schon ein paar Mal besiegt hat, also, ist ja nicht so, dass er ihn noch nie besiegt hat, äh, wollte ich nur sagen, letztes Jahr vor allem, hat ihn ja schon ein paar Mal besiegt, ähm, genau, und dann gab es halt diesen Kommentationspot, ähm, es gab ja auch, auf die Close Line oben, von, ähm, Ambrose und, ähm, McIntyre, und dann gab es halt diesen Kommentationspot, und auf einmal, äh, in die Musik von Brock Lesnar, wo ich auch gedacht habe, what the, was geht denn jetzt ab, also, ich habe, ich meine, wir haben sogar im Podcast, glaube ich, sogar random gesagt, Brock Lesnar kommt, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, das kann sein, dass wir nur random darüber gesprochen haben, dass Brock Lesnar kommt, und wir beide haben gesagt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der kommt, ähm, und einfach zerstört, also, wenn es so sein würde, haben wir es gecallt, aber, ähm, ich weiß es nicht, also, auf jeden Fall Brock Lesnar kommt, ähm, zerstört einfach mal, den Käfig, den Käfig Tür, wo ich auch dachte, alles klar, so viel Kraft wie der hat, habe ich, glaube ich, noch nicht mal im ganzen, äh, Körper, also, an seinen Beinen, habe ich noch nicht mal im ganzen Körper, also, wenn man alles zusammenrechnet, von der Kraft her, die er am Bein hat, oder allein am Fuß, ähm, ja, zerstört erstmal beide, zeigt beiden, F5, mit Bruchstücken, die Tische zerstörte, Paul Heyman attackiert vor, die mit einem Pfefferspray, ähm, ja, verpasst beide, wie gesagt, ein F5, und, ähm, ja, ein zweiter Referee kam, hat das Match abgebrochen, und Lesnar ist einfach gegangen, und mit diesen Bildern endete dann der Pay-Per-View. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, momentan, mit den Eingriffen her, also, ich, ich finde es erstmal komisch, dass es überhaupt eine Viertelstunde rumliegt. Dann, äh, Brock Lesnar's Eingriff, ganz nett, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass man einer eingreift, einfach mal attackiert, ist irgendwo auch nachvollziehbar, dass er attackiert, ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll, momentan von Brock Lesnar's Eingriffen, warte ich mit der Meinung auch mal ein bisschen ab, und, dass es einfach so abrupt endet, das fand ich zumindest nicht gut, also, dass es einfach so geendet hat, gefällt mir nicht, keine Ahnung, Lesnar geht, der Referee brecht das Match ab, und auf einmal Pay-Roll vorbei, wo ich auch dachte, hä? Ernsthaft, das ist vorbei? Also, das wirkt halt sehr, sehr merkwürdig, und sehr, sehr unrund, und, ähm, ja, schreibt mal wieder, als wer Weg an dich, keinen konstant guten Pay-Roll booken kann, und ich habe über gesagt, dass ich habe, glaube ich, einmal auch geschrieben, also, der Unterschied, zwischen NXT und WWE, bei NXT sie ist sowas nicht, bei WWE, sie ist sowas öfters, was nicht gut ist, aber gut, so viel zum Finish, Ron Reigns bei Universal Champion, wie es aussieht mit Braun Strowman, ob er seinen Koffer noch kriegt, oder ob er ihn jetzt verloren hat, dadurch, ist auch noch nicht klar, man wird Fragen offen haben, wie geht es weiter, wird man vielleicht Richtung Supershow, dann, Ron Reigns gegen Braun Strowman, gegen Brock Lesnar machen, Triple Threat Match, ist halt, Fragen über Fragen, auf die wir momentan, keine Antwort haben, da müssen wir halt abwarten, was passiert, und, ja, so viel zu, Herrn Sell, ich habe natürlich euch gefragt, was ihr dazu denkt, da hat zum Beispiel, der Latino Heat Xavier geschrieben, erste Hälfte Top, zweite Hälfte Flop, oder zumindest nicht relevant, der erste Teil bis zum World Title Match, konnte man, konnte sich sehen lassen, während der Rest eher maximale Durchschnitt war, Match of the Night, war ganz klar das Tag Detail Match, eines der besten Matches des Jahres, im, äh, MR, ich weiß nicht, was das gerade heißt, ich, ich weiß es wahrscheinlich auch, ähm, egal, auf jeden Fall, hat er geschrieben, sagen wir es mal so, ähm, ist wahrscheinlich, jetzt jeder weiß, was er gemeint hat, sorry, ich bin, ich bin müde, ich sollte gleich schlafen gehen, ja, da habe ich natürlich noch keine Umfrage gemacht, habe ich auch eine längere Zeit nicht mehr gemacht, werde ich wieder hoffen, oder versuche wieder öfters einzubauen, da habe ich gefragt, wie ihr es fandet, 13% fand es sehr gut, 13% fand es gut, 50% fanden das okay, und 24% fanden es schwach, also man merkt schon, da, da sind schon verschiedene Meinungen, also jeder hat den Pay-Bee anders gesehen, was auch vollkommen okay ist, jeder kann sagen, gut, schlecht, jeder, gibt halt verschiedene Meinungen, verschiedene Geschmäcker, ist ja vollkommen okay, ich würde auch sagen, wie, äh, Latino jetzt selber geschrieben hat, die erste Hälfte war super, hat mir sehr gut gefallen, ähm, die zweite Hälfte, würde ich jetzt sagen, mal so Richtung, Mixed Tag Team Match, fand ich jetzt, eher weniger gut, deswegen würde ich so sagen, solide, bis guter Pay-Per-View, also so in dem Bereich bin ich, also ich würde nicht sagen, schwach, dafür war die erste Hälfte gut, und die zweite Hälfte war, von der Matchqualität auch nicht so schwach, muss man auch so sagen, es waren halt, komische Booking-Entschuldungen, gerade im Main Event, was da passiert ist, also, deswegen, ist das so mein Eindruck, also ich gehe, zwar mit einem negativen Gefühl schon raus, weil der Pay-Per-View, das ging im Ende halt, aber ich würde grundsätzlich sagen, dass der Pay-Per-View halt nicht schlecht war, und man sich auf jeden Fall angucken kann, wir werden natürlich darüber auch eine Podcast-View machen, wo ich dann in der Zeit ein bisschen nachdenken kann, ausgeschlafen bin, und ein bisschen Rügel passieren lassen kann, was da so alles passiert ist, werden wir wahrscheinlich auch einige andere Szenen nochmal angucken, und natürlich auch mal ein bisschen durchlesen, was vielleicht teilweise Hintergründe war, vielleicht zum Beispiel zum Ende vom ersten Herrn, der Cell Match und so weiter, also von daher, hört euch auf jeden Fall auch die Podcast-Viewer an, die wahrscheinlich morgen kommen wird, und wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, was ihr zu Herrn der Cell denkt, schreibt es gerne in die Kommentare, meine Meinung, oder eure Meinung würde mich gerne interessieren, oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, und ciao.